Hallo, herzlich willkommen, ich bin begrüßt und ich begrüße Sie vor allem einen Brackfeller. Das ist jetzt Pepper, der dritte Monty, so leckeren Torki-Fleiß mit dem Knutbock-Gestupen. Das macht man hier so. Und hier, da ist der Torki, da ist wie immer, dass es nicht so austrocknet und hier auf dem Torki ist der Pepper oben. Sehr gut, mein Pepper, nicht mal so scharf. Und da ist der Knutbock-Gestupen als Deckel. Nur gut. Und wenn man es nicht essen tut, bei einer Fasen, dann hat man es wieder zusammen und dann kann man hier rote essen. Hoffentlich hat euch mein Video gefallen. Holt mich im Kommentar abholen. Kapitel 3